Ich muss dazu sagen, dass es schon lange her ist, dass ich das letzte Mal so krass gelacht habe. Ich will ne Schnabelstasse! Knolly, bei dir hagelt's. Bei mir ist es auch dunkel. Dann hoffe ich, dass du keine Delle im Lack kriegst. Wieso? Oh! Einer knocked bei mir. Zweiter knocked. Ich hab Gold! Wieso haben alle Gold? Da sind da welche Dice und ich attackiere. Zwei Teams. Einer ist cracked. White Evo. Oh man, da kommt der noch zum Düdel von der Ecke. Aua! Er schreibt mir jetzt diese unchristliche Stunde. Oh, ich wollte ja gar nicht ran. Du wirst übrigens grad von hinten angeschossen, ne? Ach schön, dass du es versagst, da ist. Ich fang grad noch nicht. Ähm, ihr habt ne Bangalow auf jeden Fall vor euch. Der Pfeffer ist U-Low, der ist U-Low, der Pfeffer, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich auch. Und ich muss mir noch ein Mad-Kit geben. Hier, hier. Da ist er, Puffy. Ich hab Angst. Ja, er hatte wirklich nur noch 15 HP. Sorry. Gib mir jetzt deinen Schildpad. Sorry for the Killsteam. Ich hab keine Light mehr. Ich kreide. Gut, dass ich nen Digi habe, Baby. Komm her. Digi. Hier oben. Digi, Mann. Drei Kills. Are you joking with me? Was denn? Warte, wo war der? Der war da unten. Der ist cracked. Der hat Blue hier. Der hat Blue hier. Der hier. Da steht ja noch eine. Kein Zwanziger. Leveled at 150. Der Levelend weg. Ich, ich fall runter, weil ich so dick bin, Mann. Da kommt der One-Hit. Beider hat halt schwere Knochen. Das ist schon wieder Falschstellung, was du hier betreibst, ne? Du fängst an rumzujammern. Ich fall hier schon wieder runter ins Gecko. Ich darf das. Ich bin selber dick. Ja, ich darf. Du hast immer so... Du hast im Mikro und weißt halt, er sagt, es geht calling. Äh, Steps. Ja, da unten irgendwo. Gleich nicht mehr. Ich kotze nochmal. No. Undercrapped. Und... No. No. I am. Bang ist ultra low. Also, Shield... Sorry, Shield broke. Ich bin, äh... War am Force-Call. Na klar, Alter. Na klar, Alter. Das ist geil. Also, manchmal. Wie die hier steht. Wie die hier starrt, Alter. Und ich sag ja auch mal. Mir ist schuld. Okay, Jungs. Wir stellen uns jetzt an den blödmöglichsten Ort, um uns zu heilen. Gute Idee, Mann. Warte, ich werd die eine Flanke komplett alleine halten. Uff, sie haben mich gelasert. Cheater. Cheater. I just called. To say. I'll kill you. Ey. Einer noch. Da kommt noch einer. Für diese Story. Er wollte unbedingt mein Arsch, ne? Es geht sogar durch. Noch mehr, noch mehr. Ich hasse mein Leben. Ich weiß schon, wo. Rayflow. Pathfinder, oder für den Koppel? Noch ein Team. Noch ein Team von dort, wo wir kommen. Die sollen kommen. Die sollen kommen. Pathliner liegt. Pathliner. Hey. Pathliner, ja. Pathfinder, sorry. Ja, ist gut. Wollte nur sagen, wer kennt ihn nicht. Sorry, nein. Lifeline minus 40 da oben. Mann, Leute. Spielt richtig. Zeigt mal euren Skillen. Der hört auf, Karnaven zu werfen. Pussy player. Die fand ich auch wieder. War auch wieder Bekannter voremberst. Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Ja, es waren Bekanter. Also, Bekannte im Sinne von. Und jetzt? No! Hau. die rave oben ist laut die musste sich komplett rausnehmen gerade diese trainer wieder minus 60 auf die ist vor der spiel ich finde keine pappel aber ohne mein guter hallöchen freut mich dich zu sehen dankeschön naja mal eine peacekeeper kurz mal geladen endlich mal wieder ein video oh danke das wollte ich haben also ich muss kurz der krupp tone der krupp tone der spielt nie wieder krupp tone hier ist denn noch mehr ich habe kein jemand der ist blau und da oben auch noch 76 der slow du bist wanted bruder ich habe 40 nachgegeben aber er ist noch ja ja ist gut select file kann ich auf jeden fall brauchen meine guten kauf dir ein bist du revenant oder was so ein toxiker wie immer waren das alle hier an der kiste an der kiste an der kiste geht nach rechts hier links auch noch was mit 10 mal zucker oben drauf ja danke fürs bescheid sagen rave bisschen apex hieß das die sind hier drin und obendrauf oder 50 ok das lauf ich muss sagen ich bin echt besser geworden warum kann ich die nicht placen es tut mir leid man es hat über fünf sekunden gedauert bis ich meine zippe placen durfte ach so ist seit ehem anderen weg gelaufen na gut egal krypto hat blue na alle kommt das team krypto hat purple gewechselt krypto liegt das war jetzt close alter ich hätte target nicht switchen sollen zwischendurch dann gehe ich aufs krupp gehen wir schön kekoschen machen mein guter scheiße ich habe kurz vorher abgebrochen ist kein problem ist kein problem ist kein problem ich versuche ihn rein zu boxen ansonsten boxe ich ihn in die zone oh das wird schwierig ums eck oh oh ah er ist wieder da die rave ist low i know i know i know i shot him too rave finished crossing low crossing too low sehr schön die ist cracked sie geht durch hat er mich verdient gleich die tür aufmachen dann kommst du rein wir wollen wir hier rum circlen oder wollen wir die pushen ne längst rum ich will die weg machen die uns jetzt gerade engagieren obwohl die noch nen fight haben ja wir gehen nicht mehr die bitches ey ich guck mal ob die weg äh wollen wir ich place eine zip gleich ran an die die obere ja die disengagen haben ein vorgelegt ich werde angehen von links von links von links von links von links von links ja die sind gewechselt die haben die position gewechselt können durch glaube ich ja rave gold shield low rave ist ich geh oben locker ich bin so schlecht der ist slow der ist slow bei dir ja ich bin so schlecht du musst halt nachlaufen ne find's schön danke jaja 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 so jaja jaja ja k jaja 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 Ja, es ist auch so. Der wurde jetzt erstmal gebummst, man. Ich hab immer noch keine Waffe. Jetzt im Ernst? Oh, Tatsache. Der ist low. Der ist für dich eine Waffe, aber ist ein Tod. Wow, Alter. Geil. Hier ist was. Quotze ist mega low. Mindestens drei Leute. Zwei, zwei, zwei. Octane low. Mann, diese Kante. Wieso ist die hier? Wieso ist diese Kante da? Scheiße. Licht. Minus zwölf von mir. Oh, schönes Ding. Okay, Dyson haben sie natürlich direkt weggemacht. Dafür hatten sie die Zeit. Das wäre die Frage, warum. Weil es hat ihnen letzten Endes keinen Mehrwert gebracht. Sie haben jetzt dadurch nichts erreicht, außer dass wir genau wussten, wo sie sind und mehr Zeit hatten sie wegzukillen. Sind die wirklich da oben? Hier bei mir. Hier bei mir. Hier kommt noch was geflogen. Zwei. Crack. Sorry. Aber immerhin waren es noch 72, also es war kein Steel. Ich habe echt überlegt. Ich habe echt fast eine Sekunde gezögert, wo ich noch so überlegt habe, soll ich jetzt AD essen oder nicht? Ich habe ja gerade erst Crack geschossen. Ne, oh nice. E-Bone, 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 E-Bone. Er ist Borg. Der liegt. Ja, und er hat Gold. Digger, der lasert mich ja mal anders weg von da hinten. Du hast keinen Tab. Der, der hochkommt, der hat ziemlich guten Aim. Shield low, shield low auf den Duty. Er ist bei mir auf dem Dach. Scheiße. Oh, ich bin so dumm. Er war nicht auf dem Dach. Oh, weg einmal, Mitch. Oh, den habe ich versorgt. Uff. Das war nur Instinkt gerade. Das war kein Skill. Give me your Spitfire, man. Ich habe keine Shield mit. Hier, hier unten. Und von meiner SIP, von meiner SIP aufs Dach kommt einer hoch. Die ist auch gefallen, so wie ich vorhin. Und da hinten war noch einer, ne? Ja, der weg. Über mir, über mir Steps. Wo? Ja, ja, da. Richtung Süden. Ganzes Team. Brave is crack. Da sind die. Seven. Ja, kurz hin. Ich werfe meine Ult hin. Achtung. Noch einer. Geht hier lang? Die gehen weg, ja. Revenant low, Revenant low. Oh, hab den Ravy. Oh, hab den Ravy. Auf den Gleisen. Auf den Gleisen. Ne, dahinter. Okay, ich schlug rüber. Okay, 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 okay. Ich mach gleich aggressiven Push mit. Bin dabei. Schönes Ding, Jungs. Hier unten. Hier unten. Hier unten. In the Rave. Weißer Skin. Ja, ganzes Team. Full Team. Full Team. Nice. Oh, Alter. Einer 80er Headshot. Wieder ein Nate-Play only. Das war's. Da geht einer hoch. Da geht einer hoch. Ah, Gott. Faule. Tuna so schlecht. Vielen Dank für deinen Follow. GG's. im dot tv wie kann man epics noch zocken das game ist voller hacker wir haben heute noch kein gab wo ich das gefühl hatte einer nach vorne ist noch einer ein mirage ist noch außen hier irgendwo du dachtest wohl du bist schlauer als ich du hast nicht mit der grenzenlosen intelligen lassen wir das lieber hinter mir ist okay der 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 willst wissen p20 ich brauche einen merck für das scheiß ding dafür gibt es erstmal keinen finisher baida is in the house tonight kalf hat minus 70 auf weiß der kommt andere seite raus scheiße dass das wird wieder für diesen frauenschläger so entsteht mobbing er will mit dem rückenschießen teabacken ok können wir darüber reden dass ich ein dass ich ein light mag noch brauche dicker von links auch ja erst mal den an trainen ne ok hello bala habibi alter der ging jetzt fast eine halbe sekunde später noch als er eigentlich sollte die hits waren schon alle durch die ersten die ersten körper jup stepp über uns du kannst das ding nicht aufnehmen danke bei mir bei mir bei mir bei mir he ist ein octane ha ha der ist crack ja ich chase sofort mit dir der ist auf crack wollte ich sagen hab nachgehend sorry der war wirklich der war gestaubt das war bloß elf ach alles mehr war das nicht alter einmal für die pogg im chat bei ihr wird heute nicht mehr gerätzt das verspreche ich euch wenn der einen fight hat den lasse ich stehen das hat er rausgehauen was ist die letzte runde für heute da kommt ein drop das ist ein lightning drop what ja open field minus 36 auf purple ich sehe halt nichts von rechts irgendwo ja blue minus 24 hinter uns das ist ein neues team das ist ein anderes team also vierte bei uns sein team aber da drüben bei weiters ein anderes wahrscheinlich ich bin zu euch alles gut wir machen gruppen kuscheln ok minus 24 auf purple äh blue entschuldige die sind jetzt schon am haus dran ne einer crack zippie placen kann der ist unten low ground hinterm gebäude hier unten schöne sache deswegen hast du keine freunde das ist der entwürdige weiß hat er gesteilt dass du überhaupt doch lachen kannst so frech wie du warst jetzt meine frage an dich warum möchte wie denkst du dass du als mod in mein team passt wenn du schon meine teammates abfuckst oder deine ja jetzt machen sie doch auch also nein 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 das was du hier machst das ist das ist sowas von toxisch der ist noch mit gold oh mein gott tut mir so leid ich komme nicht durch meine beide sind zu fett alter meine schenkel oh ich bin so schlecht was ist hier los alter mein bildschirm flackert gerade ich verstehe nur bahnhof ist auch in ordnung nadel wo sind die einer ist da ja wollen wir runter kommen aufhören mit dem pussy scheiß hier hat sich halt gelohnt man kann sagen über uns das ist so ein ding das schmeckt richtig bang bang richtung richtung vault richtung tunnel oder richtung tunnel oder ich will die versuchen zu free six hin die ist hier ich wollte gerade sagen ist da irgendwo oben die ist so doch sie war solo ja die war so hatte ich nicht damit gerechnet lifeline hat 335 gefressen im sprung gg das ist jetzt aber kein kirschbad oder so eine scheiße das sieht eher nach einer tödlichen krankheit aus jetzt kommt noch eine kerze obendrauf ich verstehe egal was es ist wir sollten es schleunigst töten wenn es anfängt sich zu bewegen digga da kommen möhren rausgewachsen und unten kommt wasser raus oder irgendwie sowas oder ist das so eine komische spanische galerenqualle oder was wo ist dein ernst one eternity later ok wie das ist es dann noch was ist das eine seitenansicht schon wieder ne ne aber das ist total schlecht warte mal hier ich mach mal anders naja einsicht ist der erste schritt zur besserung ich mach das ganz hässlich ja so ich geb's auf ich komm besser ist das ach warte das ist herrlich das ist absolut herrlich vor allem wenn man weil man von diesem komischen dachförmigen Gebilde so ja hier richtig stolz zurückgelehnt komm wer da nicht drauf kommt ist geistig eingeschränkt jetzt hab ich mir schon übergeben die lehnt sich zurück macht ein foto für die mama guck mama das hab ich heute ins kribbelio gemacht das ist moderne kunst also je mehr blaue striche du dazu machst desto weniger sehe ich durch das macht es auf jeden Fall nicht besser hättest du hättest du ein bild von dir genommen wie soll ich das machen ey dein ernst was ist das ich kann keine tiere zeichnen es ist unmöglich ich Dicke wie das wird doch wieder nix Dicke wie soll ich wie soll ich was wie soll ich das zeichnen man mal Dicke wie das sind so beknackte Worte die kann kein mensch Dicke aber es ist verdammt gut gezeichnet ich hab keinen Plan boah alter gut gezeichnet alter die drei Worte das hab ich noch nie gezeichnet bekommen die drei Worte die ich hatte sind so scheiße alter das hab ich noch nie gezeichnet wie soll ich denn Hochzeit Restaurant Bräutigam oder oder eben Lernen zeichnen alter da ist Lernen noch das einzig leichte alter das ist so gut gewesen wie soll ich denn nur Hochzeit zeichnen man man wird einfach kreativ dann ist Patsy's Gesicht das kenne ich sofort alter ich glaube da Pinguin ey das ist was ist das denn oh mein Gott es ist so Töte es bitte was 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 ich hab's ich hab's es ist so gut es trifft's einfach das ist Patsy wenn der achte Cheater ihn weg holt man man muss voll in der Richtung sein so man muss voll drin sein er brecht oooh es ist gut ey mir kommt jedes Wort für kotzen in den Sinn aber doch nicht erbrechen ja ja wir sagen halt allgemeinsprach kotzen so das ist halt drin erbrechen wie lange hab ich das nicht mehr gehört und hättest du mal nen Bus gemalt ja gut aber ja nen Bus weißt du wie die scheiß Fahrzeuge hier heute ausgesehen haben meinst du meine sind dann viel besser stimmt auch wenn mein Bus hätte wahrscheinlich noch halbwegs annehmbar ausgesehen das ist ein Penis was ist das denn für ein Bandwurm das ist ein Hängepenis uff richtig gut aber wirklich richtig gut aber wirklich aber wirklich Digga Resort alter also puh das ist mal richtig gut geworden fette Scholle definitiv man alter ich hab Hunger da brauchst du nix mehr machen nix mehr machen nix mehr machen es sieht wirklich gut aus das wird immer noch besser tatsächlich alter fuck it gut man richtig gut job gut job richtig gutes Zeug jetzt hab ich richtig Bock auf so ne Pizza ey auch richtig nice aber richtig gut gemacht man mit dem smile im Gesicht guck es dir an ja 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 porno alter ey dat is ne happy Garnele Digga Garnele Alge das war ne Party Garnele ganz sicher die macht nämlich den ganzen Tag Party haha das ist doch jetzt schiss was was alter ist das fies ich hab keinen Plan aber gut gezeichnet was ey kommt jetzt wie passt das Spongebob rein in das Wort gar nicht haha scheiß toll ach ja oh eigentlich hätte ich ach ja das war sehr gut scheiße und natürlich bin ich wie der Letzte ist ja auch typisch klar ne aber Patrick Star ohne Hose alter puh wir haben auch schon 4 Uhr durch dicker das ist Erwachsenen-Content da kann Patrick auch mal die Hose aushaben das ist Erwachsenen-Content alter haha jetzt sind wir mal ehrlich so viel wie die beiden abhängen miteinander da passiert auch mal irgendwann was da kommt man sich näher ist da die große Kappe nein hier ist Patrick naja naja was ist das denn für ein Waldorf wieso heulst du ich geb dir gleich einen Grund zum heulen ja aber das war nicht schlecht das wird doch wieder so ein komisches Tier ja so den Kopf den lassen wir mal außen vor Das hätte ich mir malen sollen. Sauber, geil gezeichnet, Alter. Richtig gut. Richtig gut. Scheiße. Nein. Es muss eigentlich noch... Nein, Leute, ich komme auch noch. Hätte ich die schwarze Silhouette, das Vieh ist schon schwarz gewollt. Aber echt geil gezeichnet. Du hast den Wiesel, Alter. Also jetzt stehe ich mal fett auf dem Schlauch. Scheiße, Mann. Das war gut, ey. Das hätte ich niemals hergekommen. Ich habe an irgendein Fabelwesen gedacht. Ich hätte niemals hergekommen. Ich habe auch mal an Fabelwesen gedacht. Nee, gibt Herpes. Gibt Haarspiekel. Haarspiekel, Alarosetta. Sieht aus wie ein Ladekissen. Da kommen die Hämorrhoiden her. Das sieht schon wieder aus wie eine Hand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn das eine Hand ist, bin ich raus. Das ist nicht euer Ernst, ne? Doch. Das ist... Ey, Alter. Nee, ich mache es aber nicht wahr. Das ist einfach nur frech. Oh, wow. Sind wir bei den Simpsons? Es gibt so Momente im Leben, wo man sich die Abgesägte in den Mund schieben möchte. Sind wir bei den Simpsons? Alter. Also das war eine glatte 6 in Kunst damals. Ultra-Realismus-Tet. Surrealismus-Wendern. Das ist moderne Kunst, Digga. Hä, was ist das? Achso. Easy. Gut gezeichnet, Mann. Gut gezeichnet. Doch, leider. Ist Hammer gemalt. Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Schuh, aber kann man auch so verstehen. Ist Hammer gemalt, Alter? Das sieht krass aus wie ein Rollstuhl, Digga. Ja. Was ist das? Postkutsche-Limusik. Ey, jetzt wo du sass. Anziehen. Aber gut, wie mal zum Taxi halt, ne? Das ist ein Schmetterling. Das sieht man doch. Safe ist das hier. Achso. Digga, das geht jetzt von Daumen nach unten, Mann. Hallo, Tugay. Ich komme nicht drauf. Gein Daumen nach oben. Warte, jetzt kommt, äh. Alter. Es ist ne Fee. Ey, ich fand die Lobby eigentlich gerade ganz geil. Was ist das für ne Fee? Also ich bin raus für heute. Sorry, ich krieg Depressionen, Alter. Das ist ein Sack in dem Sack für mich, Alter. Sack in dem Sack. What the fuck. Hä? Bist du ein Lost, Mann? Was ist das, nein? Es hat noch niemand, es hat noch niemand erraten. Was ist das? So, ganz klar sind die Rollan. Oh mein Gott. Rollan. Oh mein Gott. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Scheiße. Was, Pummelparty wird in diesem Stream nicht mehr gespielt? Das ist auch wieder mega schwer, Mann. Pummelparty? Pummel. Ja, halt Pummel. Pummel, oder? Pummelparty. Deutsch, Pummelparty. Wir sind alle Allmanns. Was ist das nicht Pummelparty? Wir sind Allmanns. Da ist das Pummelparty. Oh mein Gott. Woran erkennt man, was das ist? Gut gezeichnet, Mann. Gut gezeichnet. Sehr gut gezeichnet. Ja, du. Ja, Mann. Jetzt mal eine ernste Frage. Wo ist der Unterschied zu dem Normalen? Stachel. Wo ist der Unterschied zu dem Normalen? Der Stachel. Der Stachel, ja. Der Normalen hat den nicht? Nein. Ja, hier, bei jeder. Du bist auch gut in FPS. Wie sieht's aus? Was ist das von der Waffe? Das hat ja nichts damit zu tun. Ja, ja. Lüg nicht, das ist die Wende. Du hast mit C geschrieben oder mit K? Das ist die AWP. Das ist die AWP. Die AWP, die Operator, ja. Ich komme nicht drauf, Alter. Sam. Ich habe nur eine Möglichkeit. Oh. Hallo. Ich bin's bestimmt nicht. Aber danke, Dyson. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß, dass es ist zusammen gesetzt. Ich weiß das letzte, aber ich weiß das erste nicht. Wir werden's jetzt sehen. Feldstecher. Was? Okay, okay, okay. Was? Nein. Ich warte, Büchse. Das ist kein Feldstecher. Bist du verrückt? Ein Feldstecher ist ein Fernglas, Leute. Das wäre auch wohl, ich glaube ich, egal gewesen. Da kommt einer an. Das war mein Astrioid, den du gezeichnet hast. So voll Bord. Ich werde dich jetzt auf Twitch reporten und dann bin ich gebannt. Dann werde ich mein Partner deswegen. Außer bei Poker und Anglerfisch. Ja, Poker sah verdammt gut aus und der Anglerfische auch. Aber der Rest? Oh Mann, Krasos. Das war mir schon peinlich. Das ist noch nicht fertig, schätze ich. Pinguin. Okay. Ich hab dir sogar mal Mühe. Hoffe ich. Kannst du mal schneller machen? Bitte. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache. Was? Es geht dann einfach um die Tierart. Um die Tierart. Ja, also die haben halt das hier. Ich weiß nicht. Wie soll ich das anders machen? Die anderen Wörter kannte ich nicht. Also alle diese Wörter. Ja, genau. Alle Tiere haben das hier. Hallo, du darfst das Wort Tier nicht benutzen. Gott. Mann. Ach so. Danke. Alter. Was? Ich bin kaputt dran. Ich bin kaputt dran an diesen Worten. Mann, ich kannte die anderen beiden nicht. Wie willst du das denn malen? Kein Ding, Alter. Alles einfach halt Schnabeltier. Ich wollte gerade sagen, kannst du kein Schnabeltier malen? Alle Tiere haben das? Ein Schnabeltier? Alle Tiere haben das. Nimmst du Druck? Und wenn ja, welche? Nimmst du Druck? Dicker. Alle Tiere haben das. Was? Ich bin jetzt. Jungs, ich bin raus. Dicker. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wünsche ich dir auch. Tschau. Eine schöne Nacht dir. Aus der Reihe. Tschau. Tschau. Ein verdammtes fucking Schnabeltier. Ja, das haben alle Tiere. Jedes Tier hat es. Dicker. Dicker, was ist los mit dir? Hat dein scheiß Nachbar so ein verdammtes Schnabeltier im Gesicht kleben, oder was? Zwei. Kusch, guck mal bitte nach dem Schnabeltier. Ich bin dabei. Platipus, glaube ich, auch genannt im Lateinischen. Ich weiß aber gar nicht, was ich schlimmer finde. Das Wort, wie es bestrieben ist, oder wie ich drauf gekommen bin. Dicker, da war ein Gänsekopf. Und dann war ein... Ein Gänsekopf. Aber gut, wie zeichnet man ein Schnabeltier trotzdem. Das hat jedes Tier. Deswegen sage ich, ey, no hate. Ich würde es nicht besser entnehmen. Aber das ist einfach viel zu geil. Im Chat steht, Taube, Ente, Schnabeltier. Guck mal in Chat auf Discord. Oh mein Gott. Da. Ne, jetzt Ruhe. Was für ein Dürriger. Digga. Oh Mann. Bruder. Ich weiß, dass da hunde Schnee bleiben können. Schnabeltier heißt das. Schnabeltier. Heißt das echt Schnabeltier? Nein. Ich werde doch fix. Ehrlich. Ich werde doch echt... Mann, das kannst du doch nicht mehr um diese Uhrzeit machen. Ich bin dann gefühlt in 40 Stunden wach, dann habe ich auch Ruhe. Das heißt Schnabels, heißt das... Hier bei uns im Pott heißt das so. Guck dir mal den Schnabels an von dem Vieh. Das ist doch nicht richtig und normal hier, was da geht. Kuschi, Kuschi, da wo du herkommst, ist das normal, dass man Schnabels sozusagen. Oh Mann, das hast du gesagt, nicht ich. Ey. Oh mein Kopf. Ich trau ihn heute hart. Und der... Mann, ich werde ihn nur hochgenommen, ehrlich. Das ist Schnabels. Was ist das wirklich? Scheiße. Oh mein Gott. Kuschi, das landet auf YouTube. Oh nein. Was tut mir leid, ich muss auf den Klo. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss erwischen. Mich würde es wundern, wenn nicht jeder jetzt ein paar Tröpfchen in der Hose hat. Oh mein Bauch. Oh Mann. Es heißt Schnäbel. Ja, das weiß ich. Du hast mich voll verunsichert gerade. Ich habe noch Schnäbel richtig gesagt. Das heißt Schnäbel, das heißt wirklich so. Ja ey. Ich sag mal mit dem Mikrofon. Vielleicht kann er wieder ein neues Mikro holen. Oh Schnäbel. Schnäbel. Digga. Ich fang für alle richtig zu schwitzen vor Lohdreffen. Heusel. Immer noch bei. Oder wieder was Neues. Immer noch. Vor allem, er kommt halt wirklich so, treu, er sich um die Ecke. Heißt das wirklich so? Boah, dead new meme, ey. Ahhhh. Mein Bauch. Alter. Das war wohl ne Scheiße, dass da neue sind. Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch unbedingt 400 Emotes. Einmal für den Rucksack und dann noch mal ein paar hundert, dass ich noch nen Emote mach' kann für Schnabelts. Du bist du ein Arsch. Für du Schnabelts, Chef. Schnabelts. Die gemeinen Schnabelts, Alter. Keule, Alter, Keule. Oh mein Gott. Er ist komplett tot. Ich guck im Stream, er weint einfach richtig. Komplett am Ende. Weißt du, was denken sich die Leute, die grad neu in den Stream kommen? Die kennen uns nicht von mir rein um ein Uhr. Wir sind komplett am Lachen. Dann... Dann kann ich das erklären, indem ich den Summit mache. Boah. Schnabelts, Digga. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Scheiße. Das Schnabelts Emote für deinen Pinguin, ne? Gruppe Pinguine. Hey, wie das der Pinguin nicht gemalt hat. Ich wusste gar nicht, dass es in Tschernobyl Pinguine gibt. Boah. 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 Alter. Jetzt ist Emile wieder richtig wach. Boah, Fede, ey. Wie viele Stunden hat es gedauert bis zu dem Kick? 19 Stunden, 8 Minuten. Warte, kurze Frage. Hat es nicht gelohnt? Also ich muss sagen, das war's wert. Ich würde es immer wieder tun. Oh Mann, ey. Fuck yes, I do it again. Fuck yes, I do it again. Vor allem alle Tiere haben. Das ist ja mein fucking Schnabeltier. Das heißt... Das ist Schnabels. Oh Mann, ey. Cushi. Vor allem, ich sag's sogar noch. Schnäbel und du so... Nein, Cushi. Das heißt Schnabel. Mann, ey. Mann, ey. Oh. Alter. Er bricht total ab. Boah. Ich bin auch am heulen. Ey. Oh. Ich muss... Ich muss dazu sagen, dass es schon lange her ist, dass ich das letzte Mal so krass gelacht habe. Ich will ne Schnabelstasse. Hab Susan. Ich ersuche vielssache zu story. Yo Mann, Ich meine. Jetzt weine ich auch. Danke schön. Ich muss pissen. Ich muss mir das aufschreiben. Ich muss mir das aufschreiben bevor das Delirium vorbei ist. Alter, meine Augen ist das wirklich so? Das ist auch gut. Alter, geht gar nicht mehr. Zum Glück ist jetzt nicht im Keller, sonst bin meine Frau reingestürmt. Scheiße. Mein Bauch tut weh. Ich bin klatschnass geschwitzt in meiner Jacke. Also wenn ich vorher nicht geschwitzt habe, jetzt tue ich es auf jeden Fall und meine Augen sind rot. Fuck. Meine Brille ist nass, mein Gesicht ist nass, der gesamte Bart ist nass. Und ich glaube, ich habe irgendwo beim Lachen gerade ein Bonbon verloren. Der ist ja aus dem Gesicht gefallen. Aus dem Schnabel. Trink einen Schluck? Ja, ich habe nichts mehr. Ich muss nachfüllen und ich muss auch pissen und eigentlich mal Luft reinlassen hier. Hallo King Axel Spaxel. Ich bin ein Host, Digga. Alle Tiere mit Schnabels. Das haben alle Tiere. Nimm einen verdammten Schnabel, Alter. Was heißt Schnabels-Guschee? Und das hat mal wieder keiner geknippt. Digga, ich schneide das raus. Das kommt auf YouTube. Boah, das ist die Zerstörung, Alter. Ey, es ist alles nass in meinem Gesicht. Es ist alles nass. Digga. Ja, wollen wir noch eine Runde? Hast du das geklippt, Schlesi? Will jemand mitmachen bei Scribble noch? Ist ein bisschen lustig. Es macht auf jeden Fall Spaß, Digga. Was ist denn heute los? Alter, ich gucke nur auf dem Bildschirm und muss wieder anfangen zu landen. Schnabels. Einfach Schnabels-Taste, Digga. Alter, das ist Schnabels-Guschee. Heißt das wirklich so, Alter? Digga. Also, ich werde jetzt das Fenster aufmachen, dann werde ich Pissen gehen, Trinken auffüllen und dann kann ich wiederkommen, Fenster zu machen. Digga. Guck mal, ich sehe aus, wie wenn ich etwas getrunken hätte, Alter. Ich verliere kein Wasser auf dem Weg. Verliere kein Wasser auf dem Weg. Mach das mal.